Hallo, Papa. Hallo. Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie sollen nicht so viel arbeiten. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Erztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. You work way too much. I know. My father visited me spontaneously without any warning. I'm Tony Erkmann. I'm Tony Erkmann.